So meine Lieben, wir sind wieder da. Ich freue mich, dass ihr auch da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Gewissensentscheidungen. Und ich möchte gerne mit euch über Entscheidungen sprechen, die man nicht leichtfertig trifft, sondern die einen vielleicht bisweilen in große innerliche und auch moralische Bedrängnis bringen. Also beispielsweise, steht ihr vielleicht vor der Frage, einem schwerstkranken Angehörigen eine Magensonde legen zu lassen? Also ihn zwangsernähern zu lassen? Oder habt ihr vielleicht selbst die Diagnose einer schweren Krankheit bekommen und habt für euch entschieden, ich möchte das meinen Angehörigen nicht zumuten, ich schweige? Ist das richtig oder ist das falsch? Oder gab es vielleicht in eurem Leben die Situation, dass ihr einen sehr, sehr geliebten Menschen habt fallen lassen müssen, weil ihr am Ende eurer Kräfte wart? Und es gibt zahllose Beispiele. Und jeder von uns hat mehr oder weniger im Leben ja schon einmal oder mehrmals solche Entscheidungen treffen müssen. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, wenn ihr vielleicht gerade mittendrin in einer solchen Entscheidungsphase seid oder sie irgendwann in eurem Leben mal getroffen habt und mit mir darüber sprechen wollt, dann könnt ihr das gerne machen unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns ganz einfach domian.wdr.de. Die Gewissensentscheidung, unser Thema heute Nacht und der erste Anrufer, das ist der Kalle. Hallo Kalle. Hallo, guten Morgen, Jürgen. Hallo Kalle, wie alt bist du? Ich bin 58. 58. Du hast dich zu dem Thema Gewissensentscheidung bei uns gemeldet. Warum? Ja, als du gestern Abend das Thema für die heutige Talknacht durchgegeben hast, hat es von mir alle Lampen angegangen, weil ich genau das mit meiner Mutter erleben musste, konnte, dass halt eben Ärzte versucht haben, ihr die Magensonde zu verpassen, obwohl meiner oder unserer Meinung nach, also es war nicht nur meine, sondern auch die Schwester meiner Mama und mein Stiefvater der gleichen Auffassung, dass man sie einfach in Ruhe und in Würde gehen lassen sollte und nicht jetzt da so noch rumdoktern, weil es bestand keine Chance mehr, dass sie überhaupt noch konnte. Wann war das? Das war 2006. 2006 liegt also gar nicht so lange zurück. Fangen wir mal vorne an. Deine Mutter war schwerst erkrankt. Welche Krankheit hatte sie? Das weiß ich nicht wirklich, wie das Ding hieß. Sie ist 1997 von einem Auto angefahren worden, aber so aus dem Stand, also einfach nur so auf den Hinterkopf gefallen. Und ab da begann so schleichend das Drama, dass sie erstmal so ein bisschen undeutlich sprach, dann lallte sie nur noch und dann war irgendwo auf einmal gar nichts mehr zu verstehen. Und dann wurde nur geschrieben und sie hat uns dann alles aufgeschrieben, was sie meinte. Das war teilweise recht witzig, was dann so dabei herauskam, wenn ein alter Mensch dann mit seiner alten Schrift so Dinge aufschrieb. Ist das denn hier diagnostiziert worden, was da im Kopf passiert ist offensichtlich bei diesem Unfall? Also anfangs hieß es Drehschwindel, dann hieß es was auch immer. Man hat mit ihr dann nochmal eine Kur versucht und sämtliche Untersuchungen von Hü nach Hott. Da war dann auch noch das Versicherungsspiel mit im Gange. Die gegnerische Versicherung, also von dem Schädiger, versuchte jetzt dann und immer wieder noch sich rauszubinden und immer wieder neue Untersuchungen, neue Befunde und irgendwann hat sie auch gesagt, ich will nicht mehr zu diesem Ärzten, ich mag mich nicht mehr schubsen lassen und was auch immer. Und der Zustand hat sich... Und da war schon ein Unwille zu erkennen. Verstehe. Und der Zustand hat sich dann so peu a peu von Jahr zu Jahr verschlechtert. Ja. Dass sie hinterher nicht mehr sprechen konnte, sondern wie du gerade erzählt hast, dass ihr nur schriftlich miteinander kommuniziert habt. Ja. Wir haben witzigerweise über ihr Ableben gesprochen, über ihre Trauerfeier zum Beispiel. Ja, das habe ich alles mit ihr geklärt. Obwohl, da war sie auch nicht so sehr willig, aber sie hat dann auch immer noch gesagt oder geschrieben, ich will aber noch nicht sterben. Aber es war dann klar, wie das dann gehen sollte. Das wollte ich... Im Jahre 2006 ist sie gestorben. Ja. In welchem Jahr hast du mit ihr über diese letztendlichen Fragen gesprochen? Ja, so ab 2002, 2003 habe ich angefangen, ja. Ja, weil mein Vater war nicht verheiratet, lebte mit einer Lebensgefährtin zusammen und ich weiß nicht wirklich, ob ich da alles richtig gemacht habe, was letztendlich entschieden werden musste. Und bei ihr wollte ich einfach sicher gehen und alles richtig machen. Hast du dich denn dann... Und habe mich da also hingebracht. Und sie war dann auch damit einverstanden, nachher all diese Dinge zu klären. Wie war denn dann ihr Zustand so in den letzten Monaten? Ja, da war er ganz schlecht. Wir mussten sie also nach einem Oberschenkelhalsbruch, der ihr dann auch noch widerfahren ist, das war also genau ein Jahr vorher eigentlich, also kurz nach Weihnachten, 2004 war das, hat sie dann also in der OP dann alles verloren. Also als ich sie da in den OP-Raum verabschiedet habe, in der Klinik, war mir nicht wirklich klar, dass das ein Abschied für immer war, weil ich kam da raus und war also völlig verwirrt und völlig daneben. Das heißt, durch die Narkose, durch die Schere der Operation war... Sie konnte aber vorher noch laufen? Ja, da konnte sie noch so... Ja, immer schlechter auch. Also sie schlug sie so vor sich hin und sie war schon hilfebedürftig. Und mein armer Stiefvater hat das wirklich auch alles nachher nicht mehr wirklich... So, 2006. Vor welcher Situation konkret hast du gestanden? Es war nach dem Jahr, wo sie im Pflegeheim war, wo auch weiter sukzessive alles kaputt ging und zerstörte, wo anfangs nur noch Nahrungsaufnahme und Ausscheiden angesagt war. Aber nachher konnte sie auch sich selbst nicht mehr die Nahrung nehmen. Sie schob sich ein Butterbrot vor die Backen oder vor die Nase. Dann wollte sie irgendwann gar nicht mehr essen. Sie hat einfach die Nahrung verweigert. Sie hat den Mund auch nicht mehr aufgemacht. Sie hat richtig wie so ein kleines trotziges Kind die Lippen zusammengeprägt. War sie zu diesem Zeitpunkt geistig verwirrt? Ich denke schon. Also es gab keine Möglichkeit mehr, irgendwie mit ihr zu... Nein, nein. Immer nur in Augenblicken und Fragen stellen, wo du einfach Verzweiflung... Ja, da lag sie in einem Pflegeheim. Da lag sie in einem Pflegeheim, ja. Ja, und dann, wie gesagt, dann hat sie also auch die Nahrungsaufnahme irgendwann verweigert. Sie hat die Lippen zusammengepresst wie ein kleines trotziges Kind, wo man einfach sehen konnte, lasst mich doch in Ruhe, ich will nicht mehr. Wie gesagt, wir haben über Bestattung und solche Dinge gesprochen, aber nicht über diese Patientenverfügung. Das ist einfach zu weit weg noch. So, dann hast du beobachtet, dass deine Mutter nichts mehr essen wollte. Sie lag in einem Pflegeheim. Da ist sicher der nächste Schritt, dass man von Seiten der Betreuung sagt, wir legen der alten Dame eine Magensonne. Nee, die Betreuung nicht, der Arzt. Der Arzt, okay, der Arzt hat das gesagt. Der Arzt suchte einmal im Monat oder so. Der wollte dann vor Weihnachten wohl nicht mehr die Verantwortung übernehmen und hat sie dann also ins Krankenhaus eingewiesen. Achso, von dem Pflegeheim ins Krankenhaus. Ja, das ist also nur über den Flur. Die sind also miteinander verbunden im Keller. Also man brauchte nur das Bett rüberschieben. Und da ging es um die Frage, Magensonne ja oder nein? Ja, also die Ärzte haben vehement dafür gekämpft, uns also mehr oder weniger schon fast beschimpft. Sie haben versucht, uns auszutricksen. Ich kam also einen Tag dahin, da sagte man mir, also ihr Stiefvater wäre aber schon dafür, dass wir die Magensonne setzen. Wo ich gesagt habe, das kann aber nicht wahr sein. Deine Position war ganz klar, nein, nicht die Magensonne. Ja, eindeutig. Wohlwissend, man könnte ja dann so sagen, dann hast du dich dafür entschieden, dass deine Mutter verhungert. Ja. Ja. Also ich habe einen guten Bekannten, der mit Kranken und Alten und Pflege und Ambulanz und solchen Dingen zu tun hat. Der hat mir gesagt, Kalle, sorg dafür, dass die das nicht tun. Sag denen einfach, meine Mutter braucht nur noch Wasser, Luft und Liebe. Das reicht. Wie ist denn das dann letztendlich durchzusetzen? Haben die Ärzte das dann akzeptiert, dass ihr gesagt habt, wir wollen das nicht? Oder wie ging das? Ja, letztendlich ja. Also wir haben dann wirklich zu dritt, das heißt also Stiefvater, meine Tante, die sehr viel mit den beiden zusammen war immer und ich, wir haben also mit zwei Ärzten wirklich ein heißes Ringen gehabt eigentlich. Sie haben uns also versucht, in den schillerndsten Farben diese wunderbare Magensonne zu erklären. Was natürlich auch toll sein kann, wenn man jung ist und eine Chance besteht, wieder aufzustehen. Aber meine Mutter wäre nie wieder aufgestanden. Ja, das ist dann immer das Argument. Das ist das entscheidende Argument. Ja. Ist denn die Mutter dann im Krankenhaus geblieben? Nein. Die haben sie dann also recht trotzig vor Weihnachten wieder rübergeschoben. Ins Pflegeheim? Ins Pflegeheim, wobei das Personal, also die Pfleger, die sie jetzt nun ein Jahr kannten, uns beglückwünscht haben und gesagt haben, klasse, dass sie sich durchgemacht haben. Und ist deine Mutter dann in dem Pflegeheim gestorben? Ja, also da in diesem Heim, da liegen so viele, es heißt da, es gibt da so einen wunderbaren, tollen Begriff Matratzengeruft, da liegen Menschen teilweise zehn Jahre und länger auf die Matratze genagelt durch so eine Sonde, die stehen nicht mehr auf und da fragt man sich natürlich, warum tun wir sowas, ja, weil man kann natürlich jetzt über Sterbehilfe und solche Dinge. Wie lange hat es gedauert dann, bis deine Mutter gestorben ist? Fünf Wochen. Fünf Wochen. Fünf Wochen, also Ende Januar am 9. Wie hast du das denn, warst du oft bei ihr? Ja, natürlich, klar, mein Stiefvater war jeden Tag, ich war also mindestens einmal. Einmal in der Woche? Mindestens einmal, ja. Mein Stiefvater war jeden Tag bei mir. Und ich bin also einmal die Woche, zweimal die Woche da gewesen. Wie hast du denn dann das Sterben erlebt? Und man hat ihr die Nahrung entzogen? Hast du den Eindruck gehabt, dass sie gekämpft hat, dass sie gelitten hat? Nein, 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 überhaupt gar nicht. Also sie hat Wasser bekommen, die Wasserzufuhr über den Oberschenkel, das darf das Pflegepersonal machen, dazu muss man also nicht examinierter Pfleger oder sowas sein. So, und ja, Luft und Liebe hat sie von uns bekommen. Also Weihnachten, Heiligabend war ich bei ihr und da hat sie mir noch Eis abgenommen, so ein paar Löffelchen, für Eis konnte die leben und sterben, da ist die Nacht zwar aufgestanden, da hat sie mir noch so ein paar Löffelchen Eis abgenommen und das war dann so eigentlich das Letzte, was die Füße nochmal den Mund aufgemacht hat. So, nun sind zwei Jahre vergangen ungefähr seitdem, das ist ja schon auch wirklich eine große und schwierige Entscheidung, das ist wirklich eine gewisse Entscheidung, so auch im Nachhinein, findest du, dass du richtig gehandelt hast? Ja, völlig, völlig. Also es gab da, um das also einfach mal um die Argumente, die man manchmal ja vielleicht als Außenstehender so ins Feld führen könnte, es gab nichts zu erben, es gab wirklich null Anlass zu sagen, jetzt lass sie ganz schnell sterben oder so, es war wirklich einfach nur die Fürsorge und die Liebe, die uns diese Entscheidung getroffen hat, dass sie in Ruhe sterben kann. Und das hat sie auch getan. Explizit? Ich bin Sonntagmorgen um Viertel nach sieben einfach so heimgegangen. Ich habe vorher in meinem Leben noch nie eine Leiche gesehen und bin dann zu ihr gegangen und sie lag so zufrieden und so glücklich da, da konntest du richtig sehen, so die Anspannung war weg. Du hattest aber, ihr oder du, hattest explizit über eine Magensonne mit ihr nicht gesprochen, so habe ich es richtig verstanden. Nein, 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 da haben wir auch nicht drüber nachgedacht. Aber du kanntest ja, du konntest sie einschätzen. Was würdest du vermuten? Hätte sie es gewollt, hätte sie es nicht gewollt? Nein, ich denke, wenn sie gekonnt hätte, hätte sie den Ärzten das Ding aus den Fingern gehauen und hätte gesagt, lass mich in Ruhe. Ja, wahrscheinlich, weil auch aufgrund dieses Wissens, was du so erahnt hast, hast du wahrscheinlich auch diese Entscheidung, habt ihr die Entscheidung getroffen? Ja, ja. Also ich denke, wir haben diese Entscheidung wirklich, ja, einfach aus Fürsorge und aus Liebe getroffen und ich habe den Ärzten dann irgendwann auch noch das Argument gegeben, wie gesagt, Nachkrieg, junge Frau, Familiengründung und so, was die an Fehlgeburten und weiß ich nicht, was alles so hinter sich gebracht haben. Ich habe den Ärzten mal gesagt, meinen Sie wirklich, die brauchen mit 82 Jahren jetzt noch mehr Nadeln und so ein Mist in ihrem Körper. Ach, die Mutter war 82 Jahre alt. Ja, 82, wirklich ganz, ganz friedlich eingeschlafen und es war einfach auch ein... Ich muss ja sagen, ich habe das für mich auch entschieden und auch schon dokumentiert, dass ich in einem solchen Falle auch keine Magensonde haben möchte. Ab welchem Alter, Jürgen? Wann entscheidest du das, wenn dir jetzt was passiert? Ja, auch wenn das so... Du hast ja vielleicht eine Chance, wieder aufzustehen. Wenn die Chance aber definitiv ist, es gibt Krankheitsverläufe, wo es definitiv keine Chance mehr gibt. Ja, ja. Dann möchte ich das auch nicht mehr haben. Ja, und gerade in der Regel ist es entschieden. Ja. Lieber Karl, ich danke dir für deinen Anruf und für das Vertrauen, dass du uns das so alles offen erzählt hast. Vielen Dank. Also ich wollte damit eigentlich auch nur andere ermuntern, auch mal solch eine Entscheidung zu treffen. Denn wie gesagt... Ja, wobei man vorsichtig sagen muss. Ich finde, das ist, glaube ich, so eine individuelle Entscheidung, dass man da gar nicht so ermuntern kann. Sondern das muss man von Fall zu Fall und mit jedem Menschen einzeln muss man das entscheiden. Dazu gehört natürlich auch viel Nähe und ein erkennendes Mensch. Absolut, da hast du völlig recht, ja. Lieber Karl, ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute für dich. Autogramm kriege ich per Mail oder wie? Meine Mailadresse ist ja... Würden wir dich nochmal anrufen wegen deiner Anschrift. Okay. Alles Gute. Danke. Tschüss. Unser Thema Gewissensentscheidung und zu diesem Thema hat sich auch Thomas gemeldet. Thomas ist 37. Guten Morgen, Thomas. Ja, guten Morgen, Dominik. Hallo, Thomas. Gewissensentscheidung. Ja, ich habe vor acht Wochen meine Mutter verloren. Sie ist bei mir zu Hause gestorben. Sie war lange Zeit schwer krank, seit 1993, da hatte sie ihren zweiten Schlaganfall. Aber da muss ich sagen, sie hatte sich nochmal gut erholt, von halbseitig gelähmt, wieder so, dass sie rumlaufen konnte. Sie hat ihre Enkel erlebt, ihre 5-U-Enkel. Ja, und dann letztes Jahr im August mit einmal ging es ganz schnell bergab. Da hat er noch Krebs bekommen. Was für ein Krebs? 2005, Darmkrebs. Ja. Mit einem künstlichen Darmausgang. Und im August plötzlich hat er Krebs gestreut, völlig unerwartet. Lunge. Und die waren, ja, da ging es ganz, äh, ziemlich schnell bergab. Ja, und, äh... Wie alt? Wie alt war deine Mutter? 74. Ja, im Juli ist er 74 geworden und eine Woche danach ging es bergab. Mhm. Ja, und, äh... Welche Gewissensentscheidung stand für dich dann an? Ja, dann, äh, Mitte Oktober konntest du nicht mehr aufstehen. Mhm. Und da war dann auch die Frage, weil sie immer weniger gegessen hat, legst du doch eine Magensonde. Auch das Problem der Magensonde. Ja, und dann wäre ja noch Lungenmaschine dazugekommen, weil wenn sie einmal im Krankenhaus ist, dann machen sie alles. Mhm. Achso, Lungenmaschine, weil sie nicht mehr, also, weil sie nicht mehr Atmung, weil sie nicht mehr alleine Atmung. Ja, weil der Tumor den einen Lungenflügel abgedrückt hat. Mhm. Ich muss wissen, ich komme aus der Pflege. Ich weiß, wie das dann... Achso, du bist Pfleger. Nur Pflegehelfer, aber... Na gut, aber du kennst dich, du kennst dich aus, du weißt, was das bedeutet. Mein Onkel lag vier Jahre an der Magensonde. Im Koma, im Wachkoma. Erzähl mal von deiner Mutter weiter. Also ist dann dann die Frage, soll sie eine Magensonde bekommen, soll sie an das Beatmungsgerät kommen? Ja, aber... Im Krankenhaus. Ja, aber... So schwer es mir gefallen ist, ich habe lieber darauf verzichtet. Konntest du mit ihr noch darüber sprechen? Ich hatte vorher schon mit ihr ein ausführliches Gespräch geführt. Ja, vorher ist der Vater gestorben. Und da habe ich sie gefragt, was denn werden soll, wenn mal was im Ernsteres ist. Mhm. Da habe ich gesagt, sie möchte gern friedlich einschlafen, zu Hause in ihrem Bett. Mhm. Ja, das haben wir dann auch gemacht. Gab es denn Ärzte, die darauf gedrungen haben, dass sie an die Maschinen, an die Schläuche kommt? Nee. Man hat euch in Ruhe gelassen. Weder der Hausarzt noch der Tumorspezialist haben da drauf gedrängt, sondern haben gesagt, das sehen wir genauso. Das ist ja auch wirklich immer so die Frage, wenn man alles nochmal aktiviert und diesen Menschen dann, wie man das ja oft auch im Fernsehen sieht, oder du hast es ja real wahrscheinlich so oft gesehen, wenn er in einem Krankenbett liegt mit tausend Verbindungen und Schläuchen, was würde es bringen? Es würde eine gewisse Lebensverlängerung wahrscheinlich bringen. Aber zu welchem Preis? Ja, es hätte vielleicht noch zwei Monate, vielleicht noch ein halbes Jahr bis jetzt gebracht. Aber das wäre immer qualvoller gewesen. Und das Wichtigste hat sie vorher nochmal erlebt. Ich habe nochmal alle Urenkel herkommen lassen. Und da war sie noch soweit geistig da, was sie nochmal erlebt hat. Das heißt, sie war da noch so geistig, dass sie die Urenkel und die Enkel erkannt hat? Ja. Aber da wolltest du auch nicht nochmal mit ihr darüber sprechen, Magensonne, ja oder nein? Weil das eigentlich für dich schon klar war, dass ihr das nicht machen würdet wollen? Ja, das wäre dann nur noch eine Quälerei geworden. Sie ist dann bei euch zu Hause gestorben? Ja, das ist freitagsabends, drei Viertelzehn, eingeschlafen. Ich saß neben mir. Du saßt neben mir. Lebt dein Vater auch noch? Nee, der ist letztes Jahr gestorben. Hast du zusammen mit deiner Mutter in einem Wohnen oder Haus gewohnt? Ich habe seit 1993 wieder bei meinen Eltern gewohnt. Du hast ja gerade gesagt, dass der Vater vollgestorben war. Entschuldigung. Die braucht nur mal eine kleine, sanft geschiebene Hand, die ein bisschen für Ordnung sorgt. War denn das Sterben deiner Mutter, war es ein friedliches Sterben? Ja, sie war Donnerstag ins Koma gefallen und Freitagsabends, Viertelzehn, ist sie aufgewacht plötzlich wieder. Das kommt öfters vor. Ja, und ich habe ja noch mal mit, da gibt es so schöne kleine Tupfer, den Mund mit Wasser ausgetupft, weil sie Durst hatte. Und da war es noch mal klar, hat mich auch erkannt. Ja, und dann ist die Atmung immer schneller und flacher geworden. Und dann hat sie aufgelotzt worden. Warst du alleine mit ihr? Zu dem Zeitpunkt, ja. Meine Schwester und mein Schwager waren den Tag vorher da, weil wir dachten, da ist es schon soweit, weil sie am Koma gefallen waren. Und sie mussten aber dann auch arbeiten gehen. Die zwei haben Arbeit. Meine Schwester ist Krankenschwester, mein Schwager ist Pfleger im Altenheim. Also eine Familie aus dem pflegerischen Bereich und medizinischen Bereich. Ja, mein Bruder ist bei der Feuerwehr Rettungsassistent. Auch eine wichtige Frage, das habe ich Kalle gerade auch schon gefragt. Bei euch ist es ja noch sehr frisch. Deine Mutter ist erst acht Wochen verstorben. Ich höre daraus, dass das für dich die absolut richtige Entscheidung war. Du mit deinem Gewissen im Reinen bist. Mit meinem Gewissen bin ich im Reinen, ja. Sie fehlt mir eben nur. Natürlich, natürlich, natürlich. Du hast deine Mutter verloren, na klar. Aber es ist ja dennoch gut, wenn man für sich sagen kann, ich habe das Richtige getan. Noch schlimmer ist es ja, zum Beispiel die Mutter zu verlieren und sich hinterher Vorwürfe zu machen, ich habe irgendwas falsch gemacht. Ja, das wäre eine schwere Gewissensbelastung. Aber ich habe soweit ihre Wünsche befolgt. Und ich habe alles für sie getan, was möglich war. Hast du das, gut, du bist doch ein junger Mann von 37, aber das heißt ja nichts, es kann uns alle immer erwischen zu jedem Zeitpunkt. Hast du für dich auch so eine Entscheidung getroffen, dass du in einer solchen Situation darauf verzichten würdest wollen? Ja, weil ich bin selber, ich habe seit 25 Jahren Rheuma, seit 20 Jahren Diabetes. Da muss man Vorsorge treffen, für solche Fälle. Das heißt, du sagst auch Nein für diese Art der lebensverlängernden Maßnahmen? Ja, also, ich möchte keine Morgensunde. Das ist wirklich ein großes Thema. Ich habe das gerade in meinem Bekanntenkreis auch, in zwei Leuten, die sich damit beschäftigen müssen. Das ist wirklich eine schwierige und große Entscheidung, unter Umständen, was man macht und wie man das macht. Ja, das kann ja nun mal nur jeder für sich allein entscheiden, aber man sollte sich damit beschäftigen. Ja, und man sollte vor allen Dingen auch mit den Angehörigen, wie man Eltern hat oder mit Freunden, vorher ausführlich drüber sprechen. Ja. Damit die, die übrig bleiben, die gesund sind, wissen, was der Kranke will, was der wirklich wollte und dass sie sich dann entsprechend verhalten und den Wunsch erfüllen. Ja, man sollte es zum einen schriftlich niederlegen und gleichzeitig aber auch seinen Willen dann mündlich nochmal bekunden, damit auch jeder weiß, was man hinterlegt hat. Lieber Thomas, das ist jetzt eine schwere Zeit für dich. Du bist in der ersten schweren Trauerphase jetzt noch acht Wochen. Ja. Ich wünsche dir viel Kraft und das wird sicher noch lange dauern, ehe eine gewisse Normalität eintritt. Das ist auch bei jedem anders. Ja, das dauert noch. Nur die Arge war schnell. Bitte? Es war das Hartz-IV-Abend. Ach so, ach so. Die waren schnell mit der Erforderung, ihre Wohnung ist zu groß. Ja, mit sowas muss man sich dann ja auch immer rumschlagen, wenn man schon in so einem Seelentief steckt, dann die ganzen Formalitäten auch zu erledigen. Ja, das ist halt auch geregelt. Lieber Thomas, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und viel Kraft für die jetzt die bevorstehende Zeit. Ja, ich bedanke mich und wünsche dir noch einen schönen Morgen. Danke, sehr, sehr nett von dir. Dankeschön, Thomas. Tschüss. So, meine Lieben, solltet ihr zufällig reingeschaltet haben. Unser Thema heute Nacht heißt Gewissensentscheidungen. Und ich möchte gerne mit euch über Entscheidungen reden, die ihr getroffen habt oder vielleicht noch treffen werdet, die sehr kompliziert sind, wo es um sehr viel geht, wo es vielleicht um Leben und Tod geht. Oder wo es darum geht, sich vielleicht gegen einen Menschen zu entscheiden, den man liebt, vielleicht sogar gegen das eigene Kind, weil man die Kraft nicht mehr hat. Weil man sich vielleicht Jahre und Jahre und Jahre mit dieser Person beschäftigt hat und man einsehen muss, ich kann nicht helfen, ich muss diese Menschen fallen lassen. Oder Gewissensentscheidungen eine ganz andere Art. Es gibt ja vielfältige Konflikte, in die man geraten kann, wo es eben nicht so eine einfache 0815-Lösung gibt, wo man sagt, das ist richtig und du musst das machen. Und wo es individuell ist und wo man darüber sprechen muss und unter Umständen viel nachdenken muss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer kostenfrei oder mailt domian.wdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu der Anne. Und Anne ist 56. Guten Morgen, Anne. Guten Morgen, Domian. Hallo, Anne. Was für eine Gewissensentscheidung hast du treffen müssen oder stehst vielleicht hervor? Vor dreieinhalb Jahren habe ich eine Entscheidung treffen müssen, entweder leben oder sterben. Für dich? Für mich. Ja, erzähl mal. Ja, also ich habe Krebs, Unterleibkrebs, Gebärmutterhalskrebs. Und als ich meine Diagnose bekam, war ich natürlich schockiert, die ganze Familie. Und das erste, was ich bekommen habe, war ein Nierenkatheter. Das heißt, ich habe einen Schlauch eben hinten in der Niere. Und da ist ein Beutel dran, den trage ich am Unterschenkel. Und da läuft Urin rein. Am Unterschenkel trägst du den Beutel? Ja. Das heißt, der geht von hinten aus dem Rücken ein kleines Röhrchen runter? Richtig, ja. An Beine dran. Ja, richtig. Und den trage ich am Unterschenkel. Warum muss der da unten hin? Kann man den nicht ja oben irgendwie befestigen? Ja, aber das geht nicht wegen der Befestigung. Der ist an so einem Gummiband. Und den kann man am besten unten am Unterschenkel tragen, weil er auch besser zum Entleeren ist. Der ist auch zum Entleeren. Und das nächste war, ich habe durch die Bestrahlung und durch die Chemotherapie eine Perforation am Darm bekommen. Und die Auswirkungen, die kann man sich vorstellen. Ich habe dann nicht richtig Stuhl machen können. Und habe dann, um den Darm zu entlasten, einen künstlichen Darmausgang bekommen. Das auch noch. Einen künstlichen Darmausgang. Richtig. Den habe ich dann sechs Monate lang getragen. Und dann hatte man mir gesagt, bei der Untersuchung nach sechs Monaten, die Perforation am Darm wäre wieder zurückgegangen. Also die Verletzung am Darm? Richtig, ja. Die ist durch das Krebsleiden und durch die Bestrahlung, die ich hatte, ist das dann aufgetreten. Dann habe ich ein halbes Jahr meinen künstlichen Darmausgang getragen. Dann wurde das wieder rückverlegt und ich war sehr glücklich. Ja. Und dann ungefähr ein halbes Jahr später, dreiviertel Jahr später, ist das wieder aufgetreten, dass dieser Darm wieder perforiert ist. Und ich musste mich entscheiden für einen zweiten künstlichen Darmausgang. Den habe ich jetzt seit 15 Monaten. Ich musste mich dafür entscheiden, entweder sterben oder leben. Das war die große Entscheidung für dich? Das war eine sehr große Entscheidung. Also die Entscheidung war, entweder lasse ich diesen künstlichen Darmausgang wieder machen. Richtig. Oder ich sage nein und das hätte bedeutet, dass du gestorben wärst. Ja, gestorben nicht direkt, aber das wäre nicht gut gewesen für meinen Bauch und für mein Unterleib. Aber es hätte als Langzeitfolge tödlich geendet? Richtig, ja. Weil der Stuhl hätte den Unterleib irgendwie verunreinigt. Ja, und ich muss sagen, ich bin den Ärzten dankbar, zum Teil, dass ich lebe und zum Teil, dass die Medizin heute schon so weit ist, dass man leben darf. Gab es denn da, vor dreieinhalb Jahren war das, sagst du? Ja, war eine Diagnose. Ja, als diese Entscheidung dann zu fällen war, gab es da Momente, wo du dachtest, ich habe keine Lust mehr, ich will nicht diese ganze Tortur nochmal mitmachen, dann soll es halt alles seinen Gang gehen und wenn ich dann sterbe, na dann sterbe ich halt. Ich hatte diese Momente. Ich denke mir, ein Krebsleidender hat diese Momente. Ich habe also gelegen hier, ich habe die Chemo gehabt, ich habe die Bestrahlung gehabt und während dieser Zeit habe ich auch Morphinpflaster getragen, also die musste ich haben, weil ich sehr große Schmerzen hatte und da habe ich schon manchmal dran gedacht, meinem Leben ein Ende zu setzen. Du hast aber auch viel mitgemacht, muss ich auch so sagen, wenn ich das höre. Aber ich muss sagen, die Medizin ist heute so weit, dass Menschen leben dürfen damit. Wie geht es dir denn im Moment? Mir geht es sehr gut. Das heißt, du hast aber den künstlichen Ausgang und du hast auch diesen Nierenkatheter. Da muss ich jede sechs Wochen ins Krankenhaus zur Urologie, der wird hinten aus dem Rücken rausgezogen, das ist schmerzhaft. Jetzt muss ich mal was fragen, weil ich das nicht weiß. Wenn man einen Nierenkatheter hat, macht man dann auch noch normal Pipi? Ja, richtig. Das macht man auch. Man geht normal noch zu Zulettet, das ist eine Unterstützung. Also. Ich habe einen Nierenstau gehabt und das unterstützt die Niere beim Ablassen von Wasser. Verstehe, verstehe. Ja. Also meine Körperfunktionen sind erhalten, nur die Niere wird dadurch unterstützt, das auszuscheiden. Hat man denn den Krebs im Griff? Mein Krebs ist durch die Chemo und durch die Bestrahlung verkapselt, ist aber noch in meinem Körper. Aber du bist trotz all dieser schweren Belastungen in den letzten Jahren, wirkst du nicht niedergeschlagen. Ja, niedergeschlagen war ich, ja, als ich die Diagnose bekam. Ja, natürlich. Und niedergeschlagen war ich, als mir das alles passiert ist. Aber ich habe eine Familie und einen Partner, der hat mich damals nicht im Stich gelassen. Und ich denke mir die Familie. Du hast Kinder? Ich habe drei Töchter. Ja. Ja, und ich bin auch Großmutter. Mhm. Und ich habe einen Partner, der hat mich Gott sei Dank nicht im Stich gelassen. Der hat mich auch, der begleitet mich auch heute noch, wenn es geht, zu jeder Untersuchung. Ich glaube, sowas ist unfassbar wichtig. Wenn man sich vorstellt, oder wenn du dir vorstellst, in der Situation, in der du warst, wenn du komplett alleinstehend gewesen wärst. Ja. Aber da gibt es auch Psychologen im Krankenhaus. Ja, schon. Aber so eine liebende Familie ist doch was ganz anderes als ein Psychologe. Das stimmt. Das stimmt. Also ich hatte mal versucht, auch als ich down war, so mit jemandem zu reden oder zu Selbsthilfegruppen zu gehen. Aber ich habe gemerkt, dass mich das runterziehen würde. Und meine Familie hat mich dann getragen und hilft mir auch heute noch. Wenn ich down bin, kann ich meine Familie anrufen, meinen Partner rufen und alle helfen mir. Sag mal, als du vor dieser Entscheidung gestanden hattest, letztendlich wieder künstlichen Ausgang oder eventuell Sterben auf Erraten. Es gab keine andere Möglichkeit. Hast du das mit deiner Familie besprochen? Nein. Hast du von dich? Was heißt, natürlich bespricht man das. Man weiß natürlich, dass man ins Krankenhaus gehen muss und dass das gemacht wird. Aber ich sage mir heute immer wieder, das hört sich jetzt ganz dumm an, aber die Ärzte, die können das hinkriegen. Und ich sage mir immer wieder, ich kann gut sauerkrautsch machen und die Ärzte, die bringen meinen Körper wieder in Ordnung. Aber das war eine Entscheidung letztendlich, die du für dich alleine getroffen hast. Richtig. Natürlich für mich selber. Und fürs Leben. Und fürs Leben. Das ist eine schöne Formulierung. Für dich und für das Leben. Richtig. Und ich würde das heute immer wieder tun. Besteht denn die Hoffnung, dass der künstliche Ausgang noch mal zurückverlegt wird? Ja, ich habe die Hoffnung, dass es dieses Jahr alles wieder rekonstruiert wird. Also, dass ich den Nierenkatheter, dass der rückverlegt wird. Dass mein künstlicher Darmausgang wieder zurückverlegt wird. Allerdings wird das eine riesengroße OP werden von 12 bis 14 Stunden. Oh weia. Da kommt ein Gynäkologe, ein Urologe und ein, jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Egal. Und ein Chirurg. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass das eine Riesensache ist. Ja. Ja, es ist eine große Sache, aber es ist eine Hoffnung. Natürlich. Es gibt immer Hoffnung. Und ich möchte auch jedem sagen, der irgendwie an Krebs leidet, man muss einen tollen Arzt finden. Und den habe ich hier gefunden in meiner Stadt. Ja. Ich habe tolle Ärzte an meiner Seite gehabt, die mir immer gesagt haben, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Liebe Anne. Und wo man sehr viel Vertrauen zu haben sollte. Ja. Egal, was passiert. Für das, was jetzt noch vor dir steht. Und das ist nochmal ein großer Schritt. Ja. Wünsche ich dir alle Kraft und alles Gute dieser Welt. Danke. Und alles Glück dieser Welt. Danke, dass ich mal darüber reden durfte. Ja, und ich freue mich, dass wir haben mit dem Ersprechenden können. Ich wünsche dir alles Liebe und alles Gute. Danke. Toi, 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 alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Und gleich weiter geht es mit Susanne. Und Susanne ist 23 Jahre alt. Guten Morgen, Susanne. Hallo. Hallo. Ja, da bist du ja. Hi. Susanne. Ja, das ist ein bisschen merkwürdig jetzt am Telefon. Der Fernseher ist lautlos. Ja, guck am besten gar nicht in den Fernseher, weil das zeitversetzt kommt. Sondern dann sieht das alles ein bisschen sehr seltsam aus. Dreh dich einfach mal rum. Okay. Susanne, das Thema ist ernst heute. Mhm. Gewissensentscheidungen. Was ist es bei dir? Welche Entscheidung? Ob ich Kontakt zu meinem Vater aufnehmen soll oder nicht? Erzähl mal ein bisschen. Also, ähm, ich bin 23 und ich kann mich an nichts erinnern von meinem Vater. Meine Eltern haben sich getrennt, da war ich noch sehr jung. Und, ähm, als ich vier oder fünf war, ich weiß es gar nicht mehr, ähm, da hat er versucht, sich umzubringen. Er hat versucht, sich aufzuhängen. Und da ist so lange Luft zum Gehirn weg gewesen, ja, dass halt was kaputt gegangen ist. Also er ist geistig nicht mehr ganz normal. Ach so. Und, ähm... Weißt du, warum er sich damals umbringen wollte? Ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß es absolut nicht. Wann hast du das denn erfahren, dass er das gemacht hat? Also ich hab das erfahren, dass, äh, er halt nicht normal ist, so, also, na, sozusagen, also, dass er halt nicht mehr geistig auf Erhöhe ist, das hab ich schon eigentlich immer gewusst. Also es gab schon irgendwelche Informationen und Verbindungen, also Informationen, die zu dir gedrungen sind, auch als du noch Kind und Jugendliche warst? Ja, durch meine Mutter. Ja, und, ähm, irgendwann hab ich dann halt erfahren, äh, ja, eben, warum, warum das eigentlich so ist, warum er eigentlich so ist, wie er ist, dass er versucht hat, sich umzubringen. Ach so. Aber da warst du keine näheren Hintergründe? Nee, gar nicht. Hatte denn deine Mutter immer wieder noch direkten Kontakt zu ihm? Nee, auch nicht, auch nicht, gar nicht mehr. Überhaupt nichts. Lebt er heute in einem Heim oder lebt er alleine? Ja, mhm. In deinem Heim? Mhm. Für, für geistig Behinderte oder ein Pflegeheim? Ja. Ja. Und, ähm. Jetzt bist du 23 Jahre alt. Ja. Dein Papa, den du nie gesehen hast. Ja, genau. Der ein schweres Schicksal hat. Mhm. Was erzählt denn deine Mutter überhaupt über ihn? Was war denn das früher so für ein Mann? Also, sie redet nicht schlecht über ihn. Und warum haben die sich getrennt? Die, das, das ist mir jetzt so persönlich. Ja, okay. Aber du weißt den Grund? Ja. Und akzeptierst du den Grund? Das ist für dich? Ja. Ja, definitiv. Und du gibst niemandem die Schuld? Nein. Nein. Hatten die sich vorher lange schon gekannt, bevor du auf die Welt gekommen bist? Ja. Also jetzt nicht 10 Jahre oder 5 Jahre. Aber unbekannt waren die nicht und die waren auch verheiratet. So, jetzt sagst du, ich denke eigentlich nicht schlecht über meinen Vater, oder? Ich weiß es nicht. Ich finde ehrlich gesagt, wenn man ein Kind in die Welt setzt, dann hat man eine gewisse Verantwortung. Und indem man versucht, sich umzubringen, entzieht man sich der Verantwortung als Elternteil. Das stimmt schon. Allerdings weißt du die Umstände nicht, was da los war. Gar nicht. Ja, ja. Ich meine, vielleicht darf man erst urteilen, wenn man alles weiß. Ja, das stimmt schon. Aber ich weiß auch nicht, wo ich das rauskriegen soll. Ich denke mal, das wird alles auch nur er selbst wissen. Das Problem ist ja, er kann sich ja nichts mehr erinnern. Wie hat denn deine Mutter so in all den Jahren über ihn gesprochen, wenn sie etwas erzählt hat von ihm? Eigentlich nur gut. Dennoch hast du so eine skeptische Einstellung. Ja. Weil er dich die ersten 5 Jahre alleine gelassen hat. Hinterher konnte er ja nicht mehr. Du warst 5, als er das gemacht hat. 4 oder 5. Und ich finde das einfach, es ist für mich eine schwere Entscheidung, das zu wissen, ob ich jetzt Kontaktzimmer aufnehmen soll oder nicht. Weil wenn ich es nicht mache, dann bereue ich es vielleicht irgendwann. Also es gibt jetzt den Wunsch, gibt es den schon länger, die Überlegung? Ja, sehr, sehr lang, seit ich das weiß. Also seit über 10 Jahren jetzt. Und du weißt auch, wo er ist? Ja. Das heißt, du könntest rein theoretisch da hingehen? Genau. Also ich könnte Kontakt zu ihm aufnehmen. Ich habe auch Kontakt zu seiner Familie wieder, also zu dem anderen Teil meiner Familie. Zu dem hatte ich auch lange keinen Kontakt mehr. Auch zu seinen Eltern? Genau. Du hast gerade so ein bisschen gezögert und wolltest das Wort Oma nicht aussprechen? Oder Opa? Ja, Oma. Weil es so fremde Menschen eigentlich für dich sind? Eigentlich schon, ja. Du hast Kontakt zu dem Teil der Familie, hast du Kontakt. Was heißt Kontakt? Besucht ihr euch? Nein, nein. Also es ist, wir haben uns einmal gesehen und ansonsten über Briefe oder Telefonate. Es ist kein inniger Kontakt. Von wem ging der aus? Von mir. Von dir. Haben die sich gefreut, dass du... Ja, sehr. Sehr. Sehr, ja. Ja, du bist das Enkelkind. Ja, da bin ich auch froh drüber. Hast du denn da nicht die entscheidende Frage gestellt, warum der Vater sich das Leben hat nehmen wollen? Nein, ich habe nie die Frage gestellt. Ich habe nur gefragt, wie ist er. Ich wollte nur wissen, wie er ist. Ich wollte nur wissen, wie es ihm geht. Aber diese Frage, warum, ich glaube, das kann auch niemand wirklich beantworten. Also es ist... Man müsste es erst mal erfragen. Vielleicht wissen seine Eltern schon mehr. Die werden mehr wissen, als du jetzt weißt. Ja, das stimmt. Aber das Verhältnis zu seiner Familie ist auch anders. Es ist... Mich interessiert... Mich hat irgendwann angefangen, die Familie zu interessieren. Am Anfang habe ich mich eigentlich nur gemeldet wegen meinem Vater. Und irgendwann habe ich dann gemerkt, hey, ich habe ja noch einen anderen Teil meiner Familie. Und die habe ich jetzt wiedergefunden. Lässt deine Mutter dir so freien Lauf? Ja, natürlich. Die sagt, mach, wie du möchtest. Ja, sie hat mir auch die Adresse gegeben, als ich die Adresse haben wollte. Ist denn dein Vater geistig so sehr ansprechbar, dass du ihn überhaupt besuchen könntest? Ich weiß es nicht. Das heißt, das müsstest du dann auch erst mit deiner Oma oder deinem Opa abklären, ob das möglich wäre. Ja. Vielleicht würde es ihn... Also vielleicht würde er dich gar nicht wahrnehmen als Tochter. Das ist es, ja. Vielleicht würde es ihn auch so sehr schocken, dass er es nicht verkraften könnte. Also das müsste man vorher schon abklären. Wenn nicht mit den Großeltern, dann vielleicht mit dem behandelnden Arzt in dem Heim, in dem er lebt. Ich weiß auch nicht, ob ich das packe. Ja, das ist natürlich ein Moment. Das stelle ich mir auch gerade vor, wenn du deinen Vater, der, man weiß nicht, wie stark er behindert ist, geistig behindert, wenn du dann vor diesem Mann sitzt, über den du so viel nachgedacht hast. Und vor allem, er weiß doch gar nicht, er wusste noch nicht mal, dass er eine Tochter hat. Aber weißt du das? Das wusste ich von meiner Mutter und von meiner Oma. Ach so. Und er konnte sich an nichts mehr erinnern. An gar nichts mehr. Also die mussten ihm einträgtern, dass er eine Tochter hat. Du hast gerade gesagt, wenn ich das nicht mache, werde ich das vielleicht irgendwann bereuen. Ja, wenn er stirbt. Und ich weiß nicht, inwieweit dieser Suizidversuch ihn körperlich beeinträchtigt. Ob er vielleicht irgendwie kürzer lebt als eine normale Lebensdauer, das kann ich mir sehr gut vorstellen, ehrlich gesagt. Ja, weiß man alles nicht. Wie alt ist er denn jetzt? Mitte, Ende 40 ungefähr. Ich glaube, das Klügste wäre, Susanne, wenn du diesen Kontakt zu diesem Teil der Familie noch weiter aufbauen würdest, um da zu einer Person zumindest ein Vertrauensverhältnis aufbauen könntest. Und eben diese Fragen, kann ich diesem kranken Mann das zumuten? Wie soll ich das machen? Und so weiter. Dass du erstmal all diese Fragen mit den Menschen besprichst, die nah an ihm dran sind. Vielleicht sagen die ja, das ist gut, komm, wir gehen mal zusammen ihn besuchen. So ganz generell würde ich dir auch zustimmen. Würde ich auch sagen, ja, vielleicht ist es wichtig, dass du deinen Vater kennenlernst. Auch wenn er jetzt ein ganz anderer Mensch ist, als damals, als er dich gezeugt hat. Aber da muss man jetzt mit Vorsicht drangehen, dass man da nichts beschädigt. Also du kannst auf keinen Fall einfach mal so in dieses Heim gehen. Ich glaube, das ist nicht gut. Bestünde denn die Möglichkeit, dass du zu einer Person aus diesem Kreis der Familie ein bisschen mehr Kontakt hast? Ja. Das würde ich machen. Und dann würde ich auch da mal die Frage stellen, was man darüber weiß, warum er das damals getan hat. Vielleicht hat er ja sogar irgendetwas damals geschrieben und hinterlassen. Man hat das gefunden. Vielleicht wird das dein ganzes Bild und dein Urteil über deinen Vater auch verändern. Das Urteil ist ja eigentlich noch sehr, sehr kritisch. Ja. Das ist es auch. Und ich glaube, daran wird sich auch nichts ändern. Wacht du erst mal ab? Ich stimme dir zu. Ich stimme dir generell auch zu, dass man sich eigentlich nicht so aus dem Leben mogeln sollte. Vor allen Dingen, wenn man Verantwortung zu tragen hat. Ja. Aber das ist natürlich auch immer leicht gesagt. Es gibt Lebensbedrängnisse, die man sich vielleicht gar nicht so vorstellen kann, aufgrund dessen Menschen das tun. Und das wäre deine Aufgabe als Tochter, das rauszukriegen. Hm. Ja, die Frage ist, ob ich das eigentlich auch alles so wirklich will. Bitte? Die Frage ist, ob ich das auch eigentlich wirklich alles will, ob ich damit überhaupt klarkomme. Ich weiß nicht, ob ich damit überhaupt klarkomme, mich damit so intensiv auseinanderzusetzen. Ich verdränge es ewig. Ich vermute fast schon. So wie du mir erscheinst, hast du so viel darüber nachgedacht. Immer wieder. Immer wieder. Das würde ich auch machen. Ich würde immer grübeln. Was ist da los? Was war da? Was ist das für ein Mensch? Hat das getan? Ich glaube, das ist eine viel größere Lebensbelastung, wenn du jetzt mit dieser Grübelei alt wirst. Als wenn du vielleicht sogar deinen Frieden schließen könntest mit der Wahrheit, wie es denn nun war. Vielleicht ist das sogar alles für dich auch erleichternd. Vielleicht kannst du ja sogar zu diesem kranken Mann eine Beziehung aufbauen, wie auch immer. Und das ist vielleicht für ihn auch nochmal schön. Ich weiß es nicht. Ich sage das mal einfach so. Vielleicht besuchst du auch nur einmal und dann geht es nicht ein zweites Mal. Aber dann hast du es gemacht und du hast mehr Realität in deinem Leben, auch in deiner Einschätzung über all das, was war. Du bist ja schon ziemlich weit gegangen. Du bist ja schon in diese Familie eingedrungen. Was heißt eingedrungen? Du hast den Kontakt gesucht und hast geforscht. Ja. Ich würde es behutsam weitermachen, weil es deine Wurzeln sind und ein Teil deines Lebens, was du gerne wissen möchtest und was beleuchtet werden sollte. Absolut. Es ist ein schwieriger Schritt und ich weiß nicht, ob ich überhaupt bereit dazu bin. Aber die andere Sache ist, ich denke da schon so lange drüber nach und je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Zeit verrinnt. Und ich weiß einfach nicht, wie viel Zeit da noch bleibt. Ich hatte mir eigentlich immer den Zeitplan gestreckt. Und mit 20 fängst du an, per Briefe zu kontaktieren und mit 30 fährst du dahin. Vielleicht ist das auch ganz gut, wenn man einfach mal durchspielt. Wie würde ich mich fühlen, wenn ich es nicht getan hätte? Und irgendwann kommt die Benachrichtigung, er ist gestorben. Beschissen. Ja, ja. Liebe Susanne, ich habe dir so meine Meinung gesagt, meine Einschätzung, mein Gefühl. Aber wie gesagt, das ist ja alles immer sehr, sehr subjektiv. Ich würde gerne dir auch noch anbieten, dass du mit meiner Psychologin, die das Gespräch mitgehört hat, vielleicht noch ein paar Worte sprichst. Dann hast du noch eine ganz andere Sichtweise vielleicht. Ja, gerne. Ja? Dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Simone, meiner Psychologin, heute Nacht zurückgerufen. Dankeschön. Alles Gute. Ja, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Gewissensentscheidungen, unser Thema auch heute Nacht. Und wenn ihr auch gerne mit mir darüber sprechen wollt, beraten wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt domian.atwdr.de. Herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Helga. Helga ist 62. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Guten Morgen, Helga. Ja. Welche Gewissensentscheidungen hast du treffen müssen? Mein Lebenspartner, der ist neun Jahre jünger als ich und ist 2002 an Krebs erkrankt. Durch die Schema und Bestrahlung brach eine TBC auf, die er im Kindesalter wohl gehabt hat und wurde die behandelt. Und man wurde, man hat eben gesagt, wenn die ausgeheilt ist, dass er dann die Lungenlappen, die oberen Lungenlappen entfernen lassen muss, weil die nicht mehr durchblutet werden und weg eitern. Also das sollte innerhalb von einem Vierteljahr passieren. Ja, und der gute Mann hat das eben halt geschludert. Hat es also um, sagen wir mal, ein Jahr verschludert. Ja, und dann kam es zur OP, dann hat er sich endlich in der Klinik angemeldet, dann kam es zur OP. Da war der eine, der riecht die Lungenflügel ganz weg, der war weggeeitert. Da mussten sie dann... Lass mich mal eben sich noch nicht fragen. Das habe ich so noch nie gehört, dass der Lungenflügel weg eitert. Ja. Hat der das nicht, hat der nicht irrsinnige Schmerzen gehabt? Schmerzen, gar nicht. Die Lunge macht keinen großen Schmerzen. Er hat eiterigen Ausruf. Und ich habe ihm immer wieder nahegelegt zum Arzt. Ich sagte, das muss gemacht werden. Aber er zögerte das raus aus Angst, ne? Aus Angst vor dieser OP und auch wieder Krankenhaus. Er war jetzt dann auch mehrmalige Monate im Krankenhaus. Ja. So, dann kam es zu dieser Operation. Ja. Und da stellte sich dann raus, dass der rechte Lungenflügel weggeeitert war. Der linke Lungenflügel war total zusammengebrochen. Der musste ganz neu aufgebaut werden. Das hat man dann auch gemacht. Die OP dauerte circa acht Stunden. Dann wollte ich ihn den nächsten Tag besuchen. Kommen da auf die Station, wo er hätte liegen müssen. Da lag er dann auf Intensiv. Er hat einen Herzstillstand gekriegt. Das war der erste. Er hat sechs Monate in Bochum gelegen. In diesen sechs Monaten hatte er sieben Herzstillstände. Nach dieser OP? Ja. Er ist mehrmals operiert worden, weil dieser OP-Stumpf immer wieder aufging. Von dem Flügel, der entfernt wurde. Es war immer wieder Blut da. Er musste künstlich bearmet werden. Vor welcher gewissen Entscheidung hast du gestanden, Helga? Ja, weil er künstlich beatmet werden musste, hatte er einen Tubus im Hals. Den hat er sich immer wieder rausgerissen. Und er stiegte dann auch, hatte panische Angst, warum er stiegen. Und nach jedem Herzstillstand sagte er mir, ich will leben. Das heißt, er konnte noch sprechen? Ja. Und was war deine Gewissensentscheidung? Der Luftröhrenschnitt, eine Kanüle, also eine Beatmungskanüle setzen und eine Beatmungsmaschine. Das musstest du, das hast du also quasi entscheiden müssen? Das musste ich entscheiden. Ob das gemacht werden sollte? Ja. Hast du es entschieden? Ja, sicher. Ich wurde vormund. Zeitgleich wurde auch eine Magensonde gelegt. Der hatte abgenommen von 60 Kilo auf 42 Kilo. Während dieses alles getan wurde, war er immer wieder geistig auch präsent? Immer voll da. Immer voll da. Konntest du denn mit ihm auch über diesen Luftröhrenschnitt sprechen? Ja. Und hat er gesagt, ja, mach das? Er guckte mich nur riesengroß an. Er konnte, sprechen kann er, aber man hört keine Worte. Man liest ihn vom Mund ab, heute noch. Wollte er das? Er sagt, ja. 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 Und es blieb uns auch gar nichts anders übrig. Ja. Das heißt, du hast gerade gesagt, heute auch noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Nach neun Herzstillständen umhören. Wie lebt er heute? Der aktuelle Stand ist der. Er ist dann von Himmel nach Hause gekommen. Mit 42 Kilo. Und mit Begleitarzt. Der hat mir den Mann übergeben und hat gesagt, wenn er hier eine Viertelstunde überlebt, dann haben wir Glück. Wie lange ist er jetzt schon zu Hause? Zwei Jahre jetzt. Zwei Jahre. Und er lebt auch? Zwei und Viertel Jahre. Er ist zu Hause? Ja. Und wie geht es ihm? Dumian, er sitzt mit uns am Tisch. Er trinkt sein Bierchen. Er ist mal gut drauf, mal schlecht drauf. Er ist nebenbei noch ganz schwer Angstpatient. Und depressiv. Da kommen viele Faktoren aufeinander. Ein schwer kranker Mann? Ja. Aber aufgrund dessen, was du gerade an Dramatik erzählt hast, geht das ja den Umständen entsprechend gut, kann man sagen. Ja, im Moment die Phase, die ist sehr gut, ja. Er kann nochmal einen Faktoren machen, geht das? Ne, Dumian, da hat er Angst vor. Ach so. Er hat Angst, rauszugehen, dass er vielleicht nicht genug Strom hat für seine Beatmungsmaschine. Ach, die Beatmungsmaschine ist noch immer angeschlossen? Sie ist immer noch aktiv. Das heißt, er hat immer noch einen Schlauch im Hals? Er hat eine Kanüle im Hals. Eine Kanüle im Hals. Unterhalb des Kins, direkt da, wo das Grübchen ist, da geht eine Kanüle rein und oben auf diese Kanüle kommen die Schläuche und wird durch die Maschine beatmet. Das heißt, es ist schon eine schwere Belastung? Auch, ja. Wir haben hier die Pflege zu Hause, die ist 24 Stunden vor Ort, Dumian, der Mann ist nicht eine Minute alleine. Das heißt, du hast den gesamten Haushalt umstrukturiert. Du bist nie alleine hier. Du kommst, wenn ich aus meinem Schlafzimmer komme und ich gehe nach vorne, dann ist sofort jemand da. Für dich als 62-jährige Frau ist das ja auch, wenn der Mann seit 2002 fing es an, ist das ja auch eine enorme Belastung, körperliche und auch psychische Belastung. Das stimmt. Wie gehst denn du damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Ich gehe auf und zu mal raus, ich bin selber auch behindert. Dann gehe ich mal raus, trinke ich und trinke einen Kaffee und da hat mich auch mit meinen Kindern viel. Die kommen also auch regelmäßig. Aber das ist schon eine Hand. Hast du manchmal das Gefühl, ich schaffe es nicht mehr, ich kann nicht mehr? Ja, manchmal. Dann sagst du auch, boah. Aber irgendwo, wenn du dann siehst, es ist ein Tag, wo es ihm wirklich wieder besser geht, wo er sagt, hm, das war schön oder das war schön. Oder so, wenn er am Weihnachtsbaum sitzt und sagt, das finde ich toll, dass ich das noch sehen kann und so. Das sind die Glücksmomente. Und auch für dich das Gefühl, dass du damals das Richtige gemacht hast? Ja. Du sagst das zögerlich? Es blieb mir nichts anderes übrig. Nur sein Lebensraum ist er masseneingeschränkt. Er war ein Mensch, der viel gelaufen ist, viel im Wald war, sich Aggressionen weggelaufen hat und das kann er heute alles nicht mehr, ne? Ist er noch aggressiv manchmal? Nein, heute nicht mehr. Nee, heute nicht mehr. Heute ist er eigentlich für jedes und alles dankbar. Aber diese Entscheidung, diese Gewissensentscheidung mit dem Schnitt, ob er nun diese Kanüle, diese Beatmungskanüle bekommt oder nicht, war ja insofern schon eine große Entscheidung, aber auch vielleicht ein bisschen leicht, weil er es auch wollte, ne? Ja, es stand ja auch gleichzeitig die Debatte von wegen mit Markensonde, ne? Hätte ich die nicht machen lassen, der wäre mir unter der Hand verhungert, ne? Stimmt, die Markensonde war ja auch noch das. Ja. Dafür hast du dich ja auch entschieden. Der kriegte dann diese künstliche Nahrung angehangen. Jede Nahrung, die sie ihm anhing, in jedem Krankenhaus, dem war schlecht, der hatte nur Durchfall. Es hat nichts gebracht, der hat immer weiter abgenommen und wie er dann von Himmel kam, da habe ich gesagt, so geht's, ist Schluss damit. Dann habe ich, ich habe früher als junges Mädchen in der Diätküche gearbeitet und da gab es solche Nahrung nicht, da mussten wir Sonnenkost selber kochen. Dann habe ich diese ganzen Flaschen Nahrung weggepackt und habe ihm Sonnenkost gekocht. Und die haben wir einlaufen lassen. Und ich habe ihn dann so schrittweise, wirklich ganz langsam schrittweise nach vorne gekriegt, sodass er über diese Sonnenkost erst mal wieder halbwegs auf die Beine kam, dann hinterher haben wir Kinderbrei gegeben. Das hast du alles gemacht? Ja, das mache ich heute noch, Domian. Hast du nicht auch die Angst manchmal, wenn dir irgendetwas passieren würde, was dann mit dem Mann würde? Domian, er ist ja in guten Händen. Das ist einfach so. Damals stand auch zur Debatte, seine Kinder, die waren, also die eine, die war gar nicht dazu, dass er nach Hause kam, die hatte dann gesagt, ey, sehe ich keinen Sinn, der von dem Krankenhaus landet, was ist, können Sie ihm da besser helfen? Der wäre auch dann da geblieben im Pflegeheim. Und er wollte, wenn, er wollte nach Hause mit anderen Mädeln und hat gesagt, und wenn ich noch zum Sterben nach Hause komme, dann war für mich klar, er kommt nach Hause, egal wie und warum. Ist das eigentlich, er ist ja geistig klar, ne? Klar, ja, Domian. Das heißt, er kapiert ja auch, was da alles passiert ist damals. Doch, der weiß das ganz genau. Gibt es da so ein, auch schon mal, hat er mal irgendwann zu dir gesagt, danke, dass du das so entschieden hast? Ja, das sagt er jeden Tag. Er sagt, danke und danke für alles und wenn du nicht wärst, wäre ich schon lange nicht mehr hier, sagt er, jeden Tag einmal. Das ist ja auch rührend. Doch. Und das gibt dir ja auch sicher Kraft. Doch. Doch, also da muss ich wirklich sagen, da ist ja ganz toll. Was ist jetzt die, so die nächste Hoffnung, was könnte sich ja noch verbessern? Äh, Domian, wenn er jetzt seine Angst überwindet, dann könnten wir ein Atemstraining machen, sodass er vielleicht mal für eine Stunde oder zwei oder, wenn wir bekamen, auch drei Stunden von der Maschine kann. Mhm. Und das mache ich ihm schmackhaft, indem ich ihm sage, hör mal, das sind zwei oder drei Stunden, die für uns sind. Er kann es, wir wissen es. Also es geht um Angsttraining, dass er seine Angst los wird. Es geht um Angst. Ist die Angst eigentlich auch gekommen mit dieser schweren Erkrankung oder hat er das früher auch schon? Die Angst war früher schon. Die war auch schon, ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dich gerade gefragt habe, wie alt dein Mann schon ist. Ich glaube, ich habe es nicht gefallen. Der wird 55. 55. Neun Jahre jünger hast du gesagt. Ja, ja. Genau, so war es, ja. Also ein gar nicht mal alter Mann für so einen. Nein, 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 Domian. Und deswegen hat er so viel Lebensqualität eingebüßt. Mhm. Das ist für mich sehr schwer, mir das anzugucken. Mhm. Für diese Operation haben sie dem drei Rippen wegnehmen müssen. Mhm. Ein Stück vom Schulterblatt und ein Trägermuskel. Alles aus der rechten Seite. Helga, meine Sendung ist gleich vorbei. Ja. Ich möchte zu dir aber nochmal sagen, dass ich großen Respekt vor dir auch habe, was du da leistest und was du Gutes deinem Mann tust. Das ist eine ganz große Lebensleistung. Eine ganz große Lebensleistung. Ja, Domian. Wirklich. Das sage ich mit tiefem Ernst und großem Respekt. Dankeschön. Wirklich. Ich wünsche dir und deinem Mann von Herzen alles Gute. Ja, Domian, ich danke dir. Alles Gute. Mach weiter so. Und schöne Grüße an ihn. Ja, ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, das war es für heute. Unser Thema Gewissensentscheidungen. In der Technik Gero Kuntermann. Morgen 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, 1 Uhr 1 Festival mit einer offenen und freien Themennacht. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis dahin. Tschüss. 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 Vielen Dank.